In den frühen Morgenstunden des 28. Mai 2016 geschah im Herzen von Zimbabwe etwas Außergewöhnliches und Beunruhigendes. Ein imposanter afrikanischer Elefant von beträchtlicher Größe nährte sich der Bumi Hills Safari Lodge, einem Zufluchtsort inmitten der wilden Natur. Seine Schritte waren langsam und unsicher, als ob jede Bewegung enorme Anstrengung erforderte. Die anwesenden Mitarbeiter der Lodge und Gäste beobachteten in einem Zustand von Schock und Bewunderung, wie das riesige Tier, sichtbar geschwächt, offenbar gezielt menschliche Hilfe suchte. Die Szene war tief berührend und faszinierend, denn es schien, als hätte der Elefant erkannt, dass seine einzige Überlebenschance in den Händen dieser Menschen lag und sich deshalb absichtlich auf den Weg zur Lodge gemacht. Dieses ungewöhnliche, fast menschliche Verhalten des Elefanten führte bei allen, die diesen Moment miterlebten, zu tiefem Nachdenken. Es war, als hätte das Tier ein scharfes, fast intuitives Gespür für menschliche Empathie und Wüste, dass diese ihm fremden Wesen tatsächlich sein Leben retten könnten. Dieses Ereignis stellte nicht nur die üblichen Erwartungen über die Natur von Elefanten in Frage, sondern unterstrich auch die Intelligenz und Sensibilität dieser majestätischen Tiere, die in der Lage sind, extreme Situationen zu erkennen und entsprechend zu handeln. Später erhielt der Elefant den Namen Pretty Boy und wurde von einem örtlichen Tierarzt gründlich untersucht. Bei der Untersuchung wurden zwei alte Schussnarben an seinem Ohr, eine schwere und infizierte Wunde an seiner Schulter und, was noch alarmierender war, eine tiefe Schusswunde an seiner Stirn entdeckt, was darauf hindeutete, dass Pretty Boy Opfer von Wilderern geworden war. Die Schwere der Verletzungen ließ keinen Zweifel an der Notwendigkeit einer schnellen Intervention. Ohne Zeit zu verlieren, kontaktierte das Lodge-Team Dr. Richard H., einen renommierten Tierarzt, der auf die Behandlung von Wildtieren spezialisiert ist. Der Arzt flog mit einem Hubschrauber zum Ort des Geschehens und zeigte die gleiche Hingabe und Mitgefühl, die Pretty Boy offenbar beim Suchen nach Hilfe erahnt hatte. Aus der Hauptstadt traf ein engagiertes Team ein, das es sich zur Aufgabe machte, dem verletzten Elefanten zu helfen, indem es gründliche Untersuchungen durchführte und eine sichere Behandlung sicherstellte. An der Spitze der Gruppe stand ein erfahrener Tierarzt, der zusammen mit seinem Team sofort bereit war, dem majestätischen Tier zu helfen. Dank der schnellen und effektiven Intervention des Teams konnten die Menschen sich gefahrlos dem riesigen Elefanten nähern, der nun ruhig am Boden lag. Dr. Richard H. begann zusammen mit seinen Assistenten das Verfahren zur Reinigung einer tiefen Wunde, die sich an der Schulter des Elefanten befand. Die Wunde, die sich über zehn Zentimeter erstreckte, wurde mit äußerster Vorsicht behandelt. Um sicherzustellen, dass keine Kugelfragmente zurückblieben, wurde ein speziell für solche Situationen entwickelter Metalldetektor verwendet. Glücklicherweise wurde nach sorgfältiger Inspektion kein Kugelrest gefunden. Die größte Sorge aller galt einer Wunde an der Stirn von Pretty Boy, die sich gefährlich nahe am Gehirn befand. Es bestand die Befürchtung, dass sich die Infektion auf kritische Bereiche ausbreiten könnte und das Leben des Tieres gefährden würde. Nach einer gründlichen Analyse wurde jedoch festgestellt, dass die Wunde das Gehirn nicht erreicht hatte, was für alle eine große Erleichterung war. Auf fast wundersame Weise gelang es dem Elefanten zu überleben. Die vollständige Behandlung erforderte mehrere Stunden intensiver Arbeit. Während der Operation, die große Geschicklichkeit und Präzision erforderte, wurden Pretty Boy hohe Dosen von Antibiotika verabreicht, um die Infektion zu bekämpfen und starke Schmerzmittel, um seine Schmerzen zu lindern. Zusätzlich wurde ein Halsband mit einem Funksender um seinen Hals gelegt, damit das Team seine Bewegungen und seine Gesundheit während des Genesungsprozesses überwachen konnte. Als die lange Operation zu Ende ging und die Wirkung der Beruhigungsmittel nachließ, warteten alle gespannt darauf, wie Pretty Boy reagieren würde. Das riesige Tier, das so viel Widrigkeiten durchgemacht hatte, zeigte Anzeichen der Genesung, was dem Team, das unermüdlich für sein Überleben gearbeitet hatte, ein Gefühl von Hoffnung und Zufriedenheit gab. Trotz der Erschöpfung schaffte es Pretty Boy langsam aufzustehen. Seine Augen funkelten, als er diejenigen ansah, die ihn gerettet hatten, als wolle er seine Dankbarkeit ausdrücken, und dann kehrte er langsam in seinen ursprünglichen Busch zurück, wo seine Herde auf ihn wartete. In den folgenden Tagen überwachte das Veterinärteam seine Genesung genau und freute sich, ihn jeden Tag stärker werden zu sehen. Sein Appetit kehrte zurück und die Wunden begannen zu heilen. Der schockierende Vorfall, an dem Pretty Boy beteiligt war, erregte viel Aufmerksamkeit. Ein Video seiner Rettung verbreitete sich weltweit und löste eine Welle von Bewunderung und Mitgefühl bei Millionen von Menschen aus. Doch diese Geschichte endete nicht hier. Die örtlichen Behörden und Naturschützer beschlossen, die Bemühungen gegen die illegale Jagd in der Region zu verstärken, da sie wussten, dass die Jäger oft an die Orte zurückkehren, an denen sie ihre Verbrechen begangen haben. So wurde eine Operation gegen die Wilderer gestartet. Eine Gruppe erfahrener Wächter legte mehrere Tage lang einen Hinterhalt und verfolgte die Elefantenherde unauffällig. Die Geduld und Wachsamkeit der Wächter zahlten sich schließlich aus. Die Wilderer kehrten mit dem Ziel zurück, Pretty Boy, der noch verletzt war, und möglicherweise andere Mitglieder der Herde zu töten. Doch diesmal hatten die Kriminellen kein Glück. Die Wächter handelten schnell und effizient und nahmen alle Wilderer fest. Nun stehen sie vor Gericht und erwarten lange Gefängnisstrafen für ihre grausamen Taten gegen das Wildleben. Während er sich erholte, verbesserte sich Pretty Boy weiterhin. Monate nach dem Vorfall feierten die Tierärzte seine vollständige Genesung, obwohl die tiefe Narbe auf seiner Stirn als dauerhaftes Zeichen seines traumatischen Erlebnisses bleibt. Diese Geschichte markierte einen Wendepunkt für die Region, indem sie nicht nur das Problem der illegalen Jagd beleuchtete, sondern auch die Bedeutung schnellen Handelns zum Schutz des Wildlebens unterstrich. Hast du schon einmal einen außergewöhnlichen Moment wie diesen erlebt? Teile deine Erfahrung in den Kommentaren und vergiss nicht, dem Video ein Gefällt mir zu geben und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video.